Ich bin niemand im Nirgendwo, zu keiner Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Satz einmal bewusst gemacht habt. Er ist nicht von mir, er ist von Dr. Joe. Und er ist für mich ein Ort der aktuellen Zeitqualität, wie ich sie empfinde, gerecht wird. Wenn wir uns die Astrologie anschauen, dann sehen wir, dass momentan alle Planeten rückläufig sind. Und sogar der schnellläufige Merkur ist rückläufig bis zur Wintersonnenwende, wo er spannenderweise der dann abnehmenden Sonne die Hand reicht. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn nicht gar alle Menschen, unter ihrem Ich leiden. Und da sie aber nicht wissen, wie sie dieses Ich loswerden können, machen sie mit dem weiter, was sie kennen. Die indische Religion kennt drei Gottheiten und damit drei Prinzipien. Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma, das aufbauende Prinzip, das Prinzip, die Freude am Kreieren in dieser Welt, die Freude vom Ungeoffenbarten ins Offenbarte zu gehen. Und wir finden diese Freude am Kreieren in den vielen Möglichkeiten, die wir auch haben, unsere Kreationen geistig zu unterstützen. Es gibt ja sogar ein Festival, wo das Kreieren, in dem Fall mit G geschrieben, hochgelobt wird. Und ich bin dankbar, dass es diese schöpferischen, vorantreibenden Kräfte gibt. Das zweite Prinzip ist Vishnu. Vishnu ist die durchdringende Kraft, die in der Durchdringung die Schöpfung erhalten will. Das sind die konservativen Kräfte, die sich wünschen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Dazu dienen die Sicherungsmaßnahmen. Wir haben viel Vishnu-Energie auch in den Bestrebungen in der Corona-Zeit erlebt. Und es gibt einen dritten Faktor. Der dritte Faktor sind die auflösenden Energien. Das ist die Shiva-Energie. Und die auflösende Energie ist immer eine Auflösung des Ichs. Das ist für mich das Phönix-Prinzip. Das heißt, im Grunde genommen vollziehen wir diese Bewegung immer wieder in uns selber. Wir kreieren, wir halten unsere Schöpfung. Unsere Schöpfung löst sich auf und sie gestaltet sich neu. Und jeder spürt selbst, wenn er einen Zustand der Überladung hat, das heißt, einen Zustand, wo er zu viel Ich hat, wo sein Ich ihm Schwierigkeiten bereitet und wo er die Tür zum Nicht-Ich sucht, die er oftmals nicht findet, weil das Ich für ihn so wichtig war für seinen Lebensweg, für sein Überleben. Und so kommen in meiner Sitzung sehr häufig Menschen mit Ich-Themen, die entweder ihr Ich, ihren Ich-Zustand realisieren möchten, die in der Realität ankommen möchten, die Vergangenheit mit sich herumgeschleppt haben, Menschen, die unter ihrem Zukunftsdruck leiden. Ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Oder Menschen, die in schwierigen Umständen sind, die alle von diesem Ich zusammengehalten werden. Und für mich ist der Ort, den viele Menschen nicht kennen und wo ich Menschen helfen kann, den Schmerz, den Druck, die Last, die Depression des Ichs zu lösen, dieser Ort, niemand im Nirgendwo zu keiner Zeit zu sein. Und dieser Ort möchte gefühlt werden. Es ist ein Ort, wo wir eine absolute Neutralität haben. Alle Ladungen, aller Druck, alle Spannungen, die wir haben, lösen sich von uns. Das heißt, es ist ein Ort, wo wir nicht Probleme lösen, sondern uns von Problemen lösen. Dieser Ich-befreite Zustand, aus dem heraus Neues geschehen kann. Dieser Zustand ist mir ein Herz anlegen, weil ich dadurch nah an mich selber komme, weil ich dadurch nah an meine Befreiung komme. Wenn ich meine Profession betrachte, dann sehe ich mich als Seelenseelsorger. Und als ein Seelsorger, der überkonfessionell ist, der nicht religiös gebunden ist, aber die Seele, also die reine Seele, die für mich transzendente Seele, der bin ich verpflichtet. Der bin ich verpflichtet. Da fühle ich meine Mission und meine Verpflichtung und in dieser Erinnerung dieser Seele oder mit dieser Erinnerung der Seele geschieht irgendetwas. Ich habe Klienten, wo in der Seelenerinnerung ich dann mitgegangen bin. Momentan ist es gerade nicht der Fall. Vielleicht auch die vielen rückläufigen Planeten. Mitgegangen bin zu Steuerberatern, Rechtsanwalten, Ärzten und, und, und. Ich habe ja das ganze Handwerkszeug. Aber ich bin kein, ich bin nicht fixiert aufs Puschen. Mir liegt es auch nicht darum, mir geht es auch nicht darum, einen Klienten von A nach B zu bringen. Das, ich möchte einen Klienten von A nach A bringen. Also, ankommen im Jetzt, diesen Leerlauf finden. Ich habe den gleichen Effekt in meiner Vorbereitung auf mein Seminar, was ich morgen gebe. Ich gebe morgen ein Seminar und ich spüre immer nach, also wenn ich ein Seminar gebe, dann gebe ich nicht ein Seminar über etwas, was ich gelernt habe, was die Menschen wissen sollen. Wenn ihr meine Seminare kennt, ich habe in den letzten zehn Jahren etwa 200 Seminare gegeben. Es ist keines gleich, sondern ich versuche das Feld zu lesen. Ich versuche zu lesen, was gebraucht wird. Und ich mache einen Maßanzug für diese Gruppe, der dann aufgenommen wird, weil er einmalig ist. Und als ich jetzt versucht habe, das Feld zu lesen für morgen, dann merkte ich, das Einzige, was wirklich Kraft hat, ist niemand im Nirgendwo zu keiner Zeit. Und in der Sekunde, wo ich in diesen Raum ging, niemand im Nirgendwo zu keiner Zeit zu sein, in der Sekunde öffneten sich mir die Seelen der Teilnehmer, ich weiß ja genau, wer angemeldet ist, und begann zu mir zu sprechen. Und es begann ein energetischer Fluss in mir, wo ich im Laufe des Nachmittags eine Ahnung bekomme. Aha, so möchte es begangen werden, so möchte es komponiert werden. Wenn ein Seminar halten ist für mich eine Komposition. Wenn ein Seminar zu halten mich nur irgendwie anstrengt, dann weiß ich, dass ich nicht im Komponieren bin, sondern im Anstrengen. Und damit ich mich nicht anstrenge, bin ich im Flow und stimme mich vorher ein. Und ich spüre, dass es morgen sehr darum geht, die Seelen an sich selber zu erinnern. Es kommen zwar auch Teilnehmer mit physischen Themen, mit konkreten Themen, die werden wir auch angehen, weil die sind mir ja bereits bekannt, die haben mir die Teilnehmer im Voraus geschrieben, aber wenn ich schaue, was hält den morgigen Tag? Dann ist es die Erinnerung der Seele an sich selbst aus einem Ort heraus, wo derjenige sich erfährt, im Niemand, im Nirgendwo, zu keiner Zeit. Ich glaube, dass meine Mission, die ist, die Menschen an das Innerste zu erinnern, was tief in ihnen ist, was nicht irgendwo hin muss. Aber was er erinnert werden möchte. Und ich glaube, gerade weil ich den Menschen nirgendwo hinbringen möchte, gerade weil ich dem nicht verpflichtet bin, ob der Kunde mich gut findet, ob er wiederkommt, bei mir das eigentlich vollkommen egal ist. Weil ich nur und wirklich nur dem Innersten im Anderen verpflichtet bin, bin ich, und das behaupte ich von mir, einer der ganz, ganz wenigen Menschen, der an allen Torwächtern vorbeikommt, um die Seele unmittelbar zu berühren. Und das wird auch morgen geschehen. Ich hab euch lieb. Euer Klaus Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020